Wir waren gerade in Australien angekommen und ich stehe mit meinen Kindern an der Supermarktkasse und meine Kreditkarte funktioniert nicht. Ich hatte einen riesigen, vollgepackten Wagen voller gekühlter Sachen, daneben drei kleine Kinder, die ihr Eis schon aufgerissen hatten. Einer dieser Momente. Und dann trat eine Frau hervor und zahlte meinen ganzen Einkauf. Geld wollte sie nicht zurück, aber sie sagte, vielleicht können sie es mal jemandem weitergeben. Ehrlich gesagt, ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Aus der Panne wurde ein besonderer Moment. Und vielleicht bietet sich dir ja heute auch eine kleine Gelegenheit, diese Welt ein wenig schöner zu machen. So geht's. Hier kommen jetzt verschiedene Vorschläge, wie du anderen etwas Gutes tun kannst. Wenn du gerne aus der Distanz das tun möchtest und über entsprechende Mittel verfügst, spende zum Beispiel Geld an eine Hilfsorganisation. Oder übernimm die Patenschaft für ein Kind im Ausland oder eine Schulpatenschaft für ein benachteiligtes Kind in deiner Nähe. Oder mach einen Termin für eine Blutspende. Und sonst gibt es ja da diese unzähligen vielen kleinen Hilfen und Rücksichtsnahmen, die man anderen zukommen lassen kann. Gehe heute mit offenen Augen durch den Tag und beobachte, wer Hilfe braucht. Gib dir dann einen Ruck, wenn die Situation sich bietet. An der Supermarktkasse. Den Hintermann vorlassen. Zum Beispiel, der nur wenige Sachen im Wagen hat. Du musst ja nicht gleich zahlen. Oder Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Oder einer jungen Mutter helfen. Das finde ich zum Beispiel immer so wichtig, den Kinderwagen in den Bus zu heben. Oder wenn das Kind schreit, einfach ablenken. So wirkt's. Verbindend, stressabbauend, gesundheitsfördernd und macht gut gelaunt. Das bringt's. Dass uns helfen so gut tut, das liegt daran, dass wir Gemeinschaftswesen sind. Auf Dauer kann kein Mensch gut alleine auskommen. Helfen kann man dabei auch aus der Distanz. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass Menschen mit mehr Geld zwar tatsächlich etwas glücklicher sind als solche, die weniger haben, aber es spielt für das Glücksgefühl eine genauso große Rolle, wie man sein Geld ausgibt. Menschen, die ihr Geld für andere statt für sich selbst ausgaben, empfanden in dieser Studie ein größeres Glücksgefühl. Und beim aktiven Handeln, da erleben wir dann auch noch Freude. Wir haben einen Dank, einen Blumenstrauß vielleicht oder spüren einfach nur eine Umarmung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020